Dessen Interessante Szenenwürdigkeiten von Andrew Stack Das ganze Museum ist bei Touristen und deutschen Einwohnern. Ihr Museum hat Kunst von den letzten Jahrhundert bis heute. Mit über 300 Szenen gemälde und skulpturen, das Museum ist ein Zentrum für Kunst und Geschickte. Man kann Kunst von Modell, Vermeer und Öl sehen. Sie können sechs Stunden in den Museums überbringen. Das Museum kostet 4.000 Euro. Die Herzogin und Anna Emilia Bibliothek Es ist die alteste Bibliothek in aller Europa. Die Bibliothek geschickt wird beginnend von Johann Willem hat seine Collection von über 1,400 Bucher zu der Bibliothek gewartet. Touristen kann Bilder und Ausstellung teilnehmen. Die nächste Ausstellung heißt Krone. Man kann die Geschichte von der Bibel und alten Religion lernen. Die Bibliothek ist interessant für die Architektur, Kulture und allen Rollen in alten Büchern. Die Palmengarten Es hat im 1860 Jahr gegründet. Die Palmengarten ist toll für romantische Sehenswürdigkeiten, Bildung und einen tollen Weg zu Natur und Leben. Die Schönesgarten hat über 50 Ackers mit exotischen Baumen, Blumen und Pflanze. Die Palmengarten hat Ausstellung über Medizinal-Fanze und ein Schumms-Ros-Garten. Man besorgt 7 Jahre aus. Hier ist ein kurzes Videofilmung über die Nero-Bürgenbahn. Die Nero-Bür-Bahn hat in 1888 geöffnet. Es ist ein kurzes Zugfahrt und es sei die schöne Nacht der Bahn weisenbahn. Die Bahn fährt über eine Brücke und drückt ein Wald. Mit einem Mangelgeschichte kann man ein Museum über die Bahn nehmen. Man lernt, wie ein Bahn funktioniert. Die Nero-Bahn ist gut für Leute, welche Bahn machen. Berg hat Slot. Es hat in 1371 gebaut. Es hat interessante Kultur. Da war viel Krieg mit den Franzosen und die Börge hat die Leute von Hessen schützen. Man kann zu den Berg wandern. Es ist berühmt für Touristen, zu Fotos machen. Es hat schöne Blicke und es ist neben so einem Fluss im Wald. WDR 2 WDR 20